Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWendom1974 und ja, ich habe einen Tipp, komm, ich verstehe den nur nicht, aber ich mache den trotzdem. Das sind so Sachen, wo ich sagen kann, habe ich irgendwie das halbe Game gepennt oder kommt da keiner drauf? Wir sind übrigens immer noch bei Fimberweed Park übrigens. So, ich soll jetzt nämlich einen geheimen Bunker suchen und den kriege ich dadurch, dass ich hier was einsammle und dann vollkommen logisch, weil klar, zum Wanderweg gehe. Na ja, es ist auf der anderen Seite gewesen. Klar, gut, jetzt verstehe ich aber auch den Gag mit Titan, aber sie hat halt sie noch früher nicht mitgenommen, das Ding. Oder war ich einfach nur doof, oder habe ich tatsächlich ich nehme nicht gemacht? Och, so, das ist jetzt bestimmt auf der anderen Seite, so wie ich mein Glück kenne. Da ist er. Natürlich. Ja, sicher. So, und jetzt kommt nämlich das, was ich so total logisch finde. Ah! Ah! Ja. Okay, gehen wir mal raus. Muss dann hier einer mal langsam durchlatschen, oder? Warum habe ich das jetzt gemacht? It's a puddle full of muddy radioactive water. Ah! Okay. Jetzt haben wir Fußsporen. Ja, ja, du mich auch, aber... Ich weiß noch nicht, warum ich Fußsporen habe. Aber vermutlich finde ich jetzt gleich irgendwas. Was ist das denn? Autsch! Okay. Oh Gott, also hier gibt's Strom. Und wieder ein Staubkorn. So. Jetzt frage ich mich allerdings... Ach so. Ach so, du bist wieder da. Ja. Ja. Hier hin und her switchen. Hier hin und her switchen. Da war was von... Kann ich die mitnehmen? Kann ich die mitnehmen? Ja. Ja. Es ist eine alte Discharge-Batterie. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Ist eingezeichnet. Immer schön den Kreuz-und-Gerweg gehen. So. Kann ich das einfach? Ich würde eher sagen, nein. Aber natürlich... Hier. Ich meine, es ist ja kein Sierra-Game. Geht das? Zurück. So. Dann haben wir das auch. Dann haben wir doch das alles offen. Dann könnten wir doch jetzt eigentlich das Ding betreten. Sag ich doch mal ganz einfach. Das wäre jetzt mein Plan. So. Dann bin ich mal gespannt. Weil so viel... dürfte eigentlich nicht mehr sein. Äh. Bin ich Horn-Ochse wieder hin und her gerannt? Ich kann das auch super, ne? So. Nochmal. Nochmal! Nochmal! So. So. Nutze Batterie. Gut. So. 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 So, haben wir. So. 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 Dann da hin. Und dann versuchen wir mal die Tür zu betreten. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Äh. Es sieht aus wie ein Tübe. Natürlich. Die Tübe sind lockt, die Tübe sind lockt, und es ist kein Platz für eine Tübe. Was erwarte ich eigentlich? Mein Gott. Noch ein Tipp von mit Delores hat mir auch noch jemand gegeben. Den mache ich aber gleich. Ich will jetzt mal eben kurz sagen, was sie zur Röhre sagt. Ich vermute mal, dass sie der wichtige Charakter ist für die Röhre. Es ist ein Tübe-Socket für Uncle Chuck's secret PF-001-Tron-Tube. Okay. Jetzt hat nämlich einer gesagt, ich soll das T-Shirt ansehen. Was ist denn das T-Shirt? Es ist ein Pillowtronics-T-Shirt. Das ist das einzige, was ich von Uncle Chuck bekomme. Es ist ein Schematik des secretes PF-001-Tubes an der Front. Just like the one needed at the factory. Tja, was ein Zufall. So, dann gehen wir mal wieder in die B-Street und holen uns die Röhre. Das ist bis jetzt nachvollziehbar. So. Zählt sie oder muss ich ihr was geben? Mal gucken. Hi, Delores. Oh, let's go over to the counter, where we can talk. Willkommen to Ricky's Tube Town. How can I help you? Do you have a PF-001-Tube in stock? Oh, the PF-001-Tube? One is a top secret tube that only Chuck knew about. But I have never seen one in person. I don't have any in stock. But I think there was only one or two produced. But if I had the design for one, I could probably make it for you. Ja, den haben wir ja zufällig. Is the tube schematic on this T-Shirt for a PF-001? Yes, it is. I might be able to build one using that schematic. Okay, here's my T-Shirt. Interesting. Chuck's design is brilliant. Yes, I can make this tube. Won't be a jiffy. Das ist alles ein bisschen einfacher, nicht? Stimmt? Here's the PF-001 tube. Exactly how Chuck designed it. Thank you. It's a rare PF-001. Hm? It's a rare PF-001. So. Dann gehen wir nach vorne. Ich sehe übrigens gerade, was das interessiert euch bestimmt brennend. Ich glaube, so schnell sind wir noch nicht durch. Hä-hahaha. Okay, so. Wenn die Sicherheitsleute alle grün sind, kann die Tür unlockt werden. Wenn die Sicherheitsleute alle grün sind, kann die Tür unlockt werden. Die Tür sind unlockt, und es gibt kein Platz für eine Schlüssel. Ist doch alles grün. Ist das der Geck? Ja, drück dich nochmal. Okay. Ist das der Geck? Es öffnet nur ein bisschen mehr. Okay. Dann brauchen wir also jetzt alle. Dann beginnt wahrscheinlich jetzt wirklich das Finale. Na ja, wir haben noch einen, den wir auch noch brauchen. Du darfst jetzt auch mal zur Fabrik. Ja, damit zum Fuß fertig. Wir gehen in die Kissenfabrik ein. Wir sind auch hier. So, komm, komm, komm. Wahrscheinlich sie. Jetzt kommt's auf die Reihenfolge an. Es öffnet ein bisschen mehr. Es öffnet ein bisschen mehr. Na ja, genau, jetzt wollen wir den Klauen. Ich denke, jemand könnte jetzt durch die Öffnung. Ja, genau. Ich denk das auch. Ich denke, ich kann jetzt durch die Öffnung durch die Öffnung. Mach das. Jetzt geht's ab. Oh, du sagst es, Klauen. Das kann nicht sein. Es ist nicht möglich. Was hast du getan, Onkel Chuck? Okay, das geht noch weiter. Okay. Heh. Those look like bouncing wings. Shut up, Ransom. Ja. Ist ja auch weiter? Das ist ja der einzige Weg, oder? Okay, dann geht's da lang. Jetzt ist es eh nicht. Okay, was ist das alles? Okay. Ich kann nicht raus. Die SRO-1 Roboter würde mich töten. Ich muss einen Manual herausfinden, um die Roboter zu überprüfen, ohne uns zu töten. Natürlich. Hier ist es. Was ist das normal? Das ist normal. SRO-01 Roboter in Patrol-Mode. Okay. Super. Und wie mache ich jetzt weiter? Aber ich würde sagen, das ist dann eine Gelegenheit für die nächste Folge. Ein Jumper Board ist für ein SR-01 Roboter-Sicherheitssystem. Ich muss ein Manual finden, um die Roboter zu überprüfen, ohne uns alle zu töten. Mhm. Danke für den Tipp. Dann kann ich mir schon vorstellen, ist es in der Bibliothek wahrscheinlich. Egal. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und ich bin ja ganz beeindruckt. Ist ja tatsächlich noch was. Mal gerade. Könnt ihr ja tatsächlich noch so. Fünf, sechs Folgen sein. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie gedacht. Okay. So dann. Machen wir weiter, ne? Was sollen wir sonst machen? Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Es ist vielleicht mal auch Following, Ja, es wird nur noch funnelить. Es gibt keine caut Krecke aquí. Sorry, ich sehe mich dann nicht für den Tag.